wie ist leute und dicks willkommen zu diesem video ja der ein oder andere wird wahrscheinlich schon wissen in welche richtung sich heute dieser custom bewegt denn ich habe im letzten video ist jetzt hier irgendwo verlinkt am schluss nämlich einen tipp hinterlassen und ja wie wir da jetzt anfangen das seht ihr gleich wir sehen uns jetzt beim video beim schuh beziehungsweise bei der mit soll Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe diesmal probiert, die Sohlen ein bisschen noch gelber zu machen, als sie sonst sind. Ich finde, es ist mir diesmal sehr, sehr gut gelungen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Peace.